So, hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Wir haben uns ja nicht eigentlich groß verabschiedet. Ähm, nein, ich wollte nur heute noch schon wieder sagen. Daneo. Genau, Daneo ist schon wieder raus. Also es geht doch wieder nur wir zwei weiter. So, wir nehmen jetzt mal die Questchen. Ja, ja, bla bla bla. Ihr habt eine Quest bekommen. Ihr habt eine Quest bekommen. Hier unten ist noch eine Quest. Ja. Wir müssen auch da unten lang für den Drachen. Ja, man. Ja, man. Tipp 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 tipp. Ja, Holzpc alter bei mir. Ja, bei mir auch. So, wo bist du? Noch nicht da. Wie, noch nicht da. Ah, hier noch nicht da. Warte auf mich, so wie ich immer auf dich warte. was ihre angriff fähigkeiten bewegung bis 34 sekunden lang 33 prozent verlangsamt ach ja da bin ich oh mein gott an imitator ein elektro amulett was ein fischer ja wir müssen hier lang bist du ich hab die fischer getötet ich muss auch mal wieder alles aktivieren 679 du hast den alltag geklaut ich habe es genau gesehen man das ist was habe ich geklaut die es war das war eine baffsäule also geht die eigentlich für uns ja tatsächlich die geld für uns alle da hinten ist so ein dings portal so ein phasen portal ender portal da sind gerade gegner deswegen kann ich nicht da oben lagen wieder hoch nein sicher ich gehe mal wieder tippt 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 gut gehen wir rein passportal mit dem mausrad könnt ihr heran und weg zu oh da geht es runter mega blubbi wenn man den schlägt kommt dann noch mehr blubbis raus wie cool ist das denn ich weiß warum ich so viel schaden bekommen dass man hier nicht mit der maus drauf klicken kann komm herr oh ich bin auf irgend so ein gift losgetreten ey papp 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 oh oh der macht schon ganz schön damage gell ja manche kämpft da hinten gegen zwei aber jetzt machen wir erstmal er ist tot alle auf einen das ist nämlich ein bisschen besser so und los komm badadadam dadadadam alter macht dir einen schaden oh 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 mein gott war das genau da 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 sind drei stück gell königtea dekdortea und meistertea ja komm herr oh oh dadadadam dadadadam ich fick alter ich weiß granaten tut bestimmt so weh man so granaten meinst du ja bestimmt auch herr begleiter ist geflogen oha bei mir was jetzt auch kratten gab heimisch blöder roboter da kommen auch ständig weiter fischer da dann alle zersprung hast gesehen ein geheimnisvoller ring da für mich war es tut doch weh hier was hier mit einem machen ich bin tot gleich war heftig ach das sind auch so kleine mistfiecher ja so ganz ganz kleine ich glaube es ist fast alles tot oder ich bin tot ich kann nur stadt oder eingang eingang ja auch sehr gut ich habe mich aufgepasst verdammt verdammt viel los ich dachte schon so was habe ich denn jetzt noch feindes bekommen ein geheimnisvoller ring der ist natürlich richtig nice ja 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 ein geheimnisvoller schäuble tja aber leider nicht für mich sondern vagant was ist der markant wird ja moment handel ich an muss hier nur da ist ja noch mal geld rauskommt typ 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 der erste falsch mit dem ich handeln möchte mit dir möchte ich handeln oha der sieht wieder so toll aus brauchst du denn ja oh der macht mehr schaden als meine so fünf prozent schnelleren angriff sechs prozent höheren zaubertempo 20 prozent auf kritischen schaden übermitteln 90 prozent auf unterbrechung töte 10 verbesserte waffe 10 champion kreaturen für die verbesserung ja der ist natürlich schon knorke ne ja ist einhand ja oh ein körperpanzer fünf prozent gesundheit auf begleiter und dienenden das teil macht so viel wie ich bin ein schaden alter oh geil auf stärke bonus ist es einhand alter ich glaube das ist tatsächlich einhand das ist einhand oh mein gott das ist ja fast krank ne wer ist denn dieser denn russ roffel äh das ist weil mir keine ahnung irgendeinen der bei uns mit reinkam ich habe ihn rausgeschmissen ich habe ihn auch rausgeschmissen wer war es jetzt von uns eine nicht identifizierte hose oh wow auch ganz cool gesundheit auf gar nicht aber nein auf prozent gegen rüstung gegen körperschaden ne das ist doof weil auf den anderen habe ich bloß 15 bonus auf attribut stärke das ist natürlich noch besser würde ich mal sagen komm wir gehen wieder raus jetzt ok ich muss so 10 megafiecher töten damit meiner besser geht elite packs sind das ja elite packs die will ich auch haben hier die schuhe aber da fordert er stufe 21 hm ich würde gerne nochmal zurück kurz in die stadt ich gehe kurz mal in die stadt her was denn ja kannst ja mitkommen mach das kannst ja auch durch das ding oder weiß ich nicht wieso ach das kann man hier auch nicht tun also ich muss auch rauskommen typ 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 oh man das dauert jetzt schon wieder ja ich komme nicht raus ich komme nicht raus jetzt ich habe es geschafft aber ich muss wie gesagt kurz äh ne ja mach transport serie pesch so roffel das noch ne das wollte ich gerade sagen es ist schon noch die alte welt aber es ist doch nicht die alte welt es ist die neue welt ja die neue welt ich grüße euch so edelsteine will ich haben gib mir die edelsteine der gegenstand wurde zerstört dann halt die edelsteine darin zurück rüstung von kleidern dienen 8 prozent schnellerer angriff elektropanzer elektrizitätsschaden schaden 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 zurückstoßen elektropanzer 8 prozent schnelleren angriff förder ist ganz gut das machen wir mal wer ist denn eigentlich jetzt hier dieser vakant keine ahnung bist du vakant du wirst nicht du bist einfach mage ohne irgendwas anderes mage weiß ich nicht wo steht denn das keine ahnung ich glaube du bist vakant ja kann sein du musst doch wissen was für eine klasse du spielst ne ja mage mage ja die neumodische fett haben da alter mhm vitalität mhm mhm nein erst recht nicht nö nein nö äh 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 weil ich hätte da was für dich ja wenn du vakant bist du wirst sonst wer ist sonst vakant weißt du was ich mein ja so wir haben doch irgendwo hier truhen wo man sachen reinlegen kann ne haben wir wo ist das da das lager schmeiß ich mal hier meine edelsteine rein ne ne die schuhe lass ich mal da und die schusswaffe nehme ich so mit so nimm das mit für mich wenn ich drin ja ja ich komme dann noch in wüste ich teleportiere mich zu dir ich hoffe doch das ist was für dich weil wenn du das siehst wirst du ausrasten meinst du oh ja ach ach dass das immer so lange zu laden zu dauert ey das gibt's doch nicht tum 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 ich bin immer noch nicht da da bin ich was machst du denn hier rumlaufen kannst du den benutzen erfordert klasse war kann das gibt's doch nicht was ist da war ganz war ganz hunter glaube ich ach das könnte sein na gut machen wir weiter oder ja ich will hier lang hier geht's aber nicht lang das hast du gut erkannt hab ich mir fast gedenkt fast gedenkt übertrieben nicht gelenkt Raumschiff oh alter und quest wenn man mit dem redet kann ich aber nicht ich auch nicht da muss man irgendwas machen was steht da im Norden im Norden beginnt man den Fokus alter was sind das für ein Vieh mega Vieh wir sind hier ein ah ich wollte grad sagen wir sind hier eindeutig zu wenig Gegner alle geplatzt 6 7 8 9 da ist ne Truhe da ist ne Truhe da ist ne Truhe da ist ne Truhe ne quest ist hier ja aber hier ist ne Truhe ja da kommen wir doch gleich hin wo läufst du denn schon wieder hin ja ich bin links lang gelaufen während du rechts lang gelaufen bist ich komme ja